Ich wünsche euch Vätern einen schönen Vatertag und für den Vatertag haben wir uns hier bei Genuss 7 etwas ganz Spezielles für euch einfallen lassen. Wenn ihr bei uns am Vatertag, also am 13.05.2021 mindestens 6 Flaschen, also eine Kiste von einem Wein bestellt, dann bekommt ihr darauf bei uns am Vatertag 7% Rabatt. Also, einzig was ihr machen müsst, sucht euren Lieblingswein raus, legt davon mindestens 6 Flaschen in den Warenkorb, gebt dann im Warenkorb folgenden Rabattcode ein und sofort werden euch die 7% Rabatten wieder gutgeschrieben. Ist doch mal ein cooler Vatertagsdeal, finde ich. Also jetzt feiert schön, bestellt euren Wein und dann könntet ihr ihn in ein paar Tagen auch schon genießen. Bis dahin.